Hallo und guten Abend zusammen. Ich habe gerade eigentlich ein Facebook Live Video gedreht, dachte ich jedenfalls, aber scheinbar habe ich heute mehr technische Schwierigkeiten begegnet, also angefangen mit Gap Response und dann weiter ging es mit BeLive TV. Mal schauen, ob das hier jetzt klappt. Es waren eine aufregende 14 Tage, eine wunderschöne 14 Tage, die ich hinter mir habe. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Letzte Woche hatten wir das Live Event hier in Frankfurt. Ich und die Sandra Heim haben einen Mindset Retreat gehalten mit dem Titel Life Unfolding und wir hatten 30 wunderbare Teilnehmerinnen, die sich auf Augenhöhe begegnet haben. Es gab riesen viel Herz und ganz viel Unterstützung unter Gleichgesinnten. Im Parallel habe ich begonnen, eine besondere Aktion zu starten, nämlich mein Successful Solopreneur System ist vollendet. Ich habe es endlich nach zwei Jahren geschafft, mein ganzes Wissen aus über 20 Jahren Business und Marketing Erfahrung in ein System zu bringen und das in ein System zu packen online und da sind sechs Selbstlernkurse entstanden, die zusammengetragen worden sind zu einem Komplettsystem, das du nutzen kannst, um ein Business aufzubauen, das du liebst und von dem du gut leben kannst als Coach, Trainer, Berater oder herzgetriebene Dienstleister. Und ich hatte riesengroßen Spaß. Also die letzte Woche und diese Woche glaube ich habe insgesamt sechs Facebook Live Videos gedreht zu unterschiedlichsten Themen, einige Interviews geführt, eine Tour im Kursbereich mit einem Blick hinter den Kulissen und all das mit einem Segment von meiner E-Mail-Liste geteilt. Das war die entspannendste Sonderaktion oder die entspannendste Sonderaktion, die ich je gemacht habe. Normalerweise fühlt sich für mich Launchen ziemlich stressig an, aber dieses Mal war das echt easy going. Also das hat aber auch damit zu tun, dass ich mein inneres Bewusstsein verändert habe und dadurch ganz viel entspannter bin. Vielen Dank an all meine Beyond-Schwestern, die mit uns in der Beyond-Gruppe sind, die mir helfen dabei und die auf dem Weg mit mir sind in diese Richtung. Es wirkt, liebe Leute, es wirkt tatsächlich. Wir werden entspannter erfolgt euch auf dem Weg. Und morgen fliege ich nach USA und daher möchte ich diese besondere Aktion jetzt zu Ende bringen. Das abschließen, jetzt, hier und jetzt und eine letzte Chance aussprechen und auch eine Überraschung ankündigen und zwar, was ist die letzte Chance? Es gibt die letzte Chance, das System zu buchen bis heute um Mitternacht und das für eine Ersparnis von 50 Prozent. Das heißt, du kriegst das Gesamtsystem für 750 Euro zuzüglich länderspezifischer Mehrwertsteuer, wenn du heute bis Mitternacht buchst. Und ja, das ist einmalig. Das ist wirklich die Einführung. Ich glaube, so günstig wird es dieses System nicht mehr geben. Und dann die Überraschung, nämlich für all diejenigen, die bereits ihr Vertrauen geschenkt haben, die schon an Bord sind. Hallo an alle liebe Solopreneure, die bereits an Bord sind. Für dich und für all diejenigen, die bis Mitternacht buchen, habe ich mir eine Überraschung ausgedacht, weil ich selbst so dankbar bin und so viel Dankbarkeit in meinem Herzen trage diese Woche, wollte ich das weitergeben an euch. Und vor circa eineinhalb Stunden, glaube ich, war das, habe ich mir das einfach ausgedacht. Ich mache das jetzt. Es war gar nicht geplant, aber ich finde es toll. Also, nämlich, ich werde euch persönlich coachen. Es ist zwar ein Selbstlernprogramm, was ihr im Alleingang durcharbeitet im eigenen Tempo, aber ich habe mir gedacht, ich möchte sicherstellen, dass du gut an Bord kommst, dass du einen gelungenen Start erlebst. Und deswegen werde ich dich durch den Sommer begleiten persönlich. Und wie wird das ausschauen? Also, ich werde drei 90-minütige Online-Coaching-Sessions zusammen mit den Teilnehmern von dem System, die gerade an Bord bekommen sind oder noch kommen, halten. Und zwar einmal im Juni, einmal im Juli, einmal im August. Und hier sind die Daten, falls du das abchecken möchtest mit deinem Urlaubskalender. Nämlich, wir werden uns sehen am 27. Juni von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Zentraleuropäische Sommerzeit, selbstverständlich. Dann am 25. Juli wieder zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. Und am 29. August zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. Ich werde deine persönlichen Fragen beantworten. Ich werde dort, wo du eine Blockade empfindest, mein Bestes tun, dass du davon befreit wirst und weiterkommst. Ich werde dich dabei unterstützen, die Strategien, die ich dir beibringe, in dem Successful Solar Programme System auf dein Business zu übertragen, ganz maßgeschneidert und wie es am besten zu dir und authentisch passt. Und einfach mit aller Kraft und aller Macht dich dabei unterstützen, eine gute Erfahrung zu haben in den ersten drei Monaten an Bord des Systems. Und vielleicht auch hoffentlich dich dadurch motivieren, wirklich auch die Module anzusehen, die Arbeitsplätze durchzuarbeiten, die Interviews durchzuführen, die ich dir empfehle und 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 und. Also sollte ein Motivationskick sein für dich, sodass du weißt, okay, ich treffe mich mit Chalier, deswegen sollte ich mich unbedingt vorbereiten, damit ich die richtigen Fragen stellen kann zu dem jeweiligen Modul. Das ist die Überraschung. Und vielleicht weißt du das nicht, aber so ein Angebot gibt es nirgendwo sonst auf meiner Website. Ich habe es in der Vergangenheit nicht angeboten. Also nur meine 1 zu 1 Kunden kommen im Genuss von Online-Coaching mit mir, entweder im 1 zu 1 oder in einem Kleingruppenkontext. Das heißt, die Chance, in diesem Kleingruppenkontext mit mir in Kontakt zu treten für dein Business und Marketing ist wirklich einmalig. Das gab es bisher noch gar nicht. Und ja, ich freue mich natürlich, das jetzt zu tun. Und Romy Star, hi Romy, grüß dich. Die hat heute nämlich eine wichtige Frage gestellt, weil sie war schon eine der ersten, die es schon zugegriffen hat, als wir den Store geöffnet haben mit den Einzelprodukten aus dem System, nämlich aktuell kriegt man C-Gruppe Positionierung, Paketepreise, das perfekte Kennenlerngespräch als Einzelmodul oder Selbstlernkurs. Und heute hat sie mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, Stalia, können wir auch in den Genuss kommen, diese Coachings zu buchen? Und ich habe ihr geschrieben, dass ich mir definitiv was überlege. Ich habe noch gar nicht so weit gedacht. Ich werde für diejenigen, die schon früher an Bord waren, auf jeden Fall was Tolles überlegen. Und nach meinem Urlaub spätestens in drei Wochen wieder auf euch zukommen mit einer Antwort. Denn ich muss jetzt gleich packen. Ich habe noch gar nichts gepackt für USA. Und das mache ich jetzt gleich. Deswegen, Romy, weiß ich nicht, ob ich auf eine Antwort komme. Vielleicht während ich packe, wandern meine Gedanken in diese Richtung und ich werde dir das sagen können. Alles klar, dann ich werde mich jetzt verabschieden für die nächsten paar Wochen. Ich muss den Hund nämlich wieder reinlassen. Heute war ein sehr regnerischer Tag hier in Epstein. Und Cain wollte rausgehen und wiederum auch nicht. Es ist wie manchmal in unserem Business. Wir wollen ein erfolgreiches Geschäft haben und gleichzeitig nicht. Wir haben einen Fuß auf dem Gaspedal und einen Fuß auf der Bremse und machen so. So war Cain heute unterwegs. Er wollte raus, er ging raus, es war nass und dann hat er sich schnell wieder reingebracht. Allerdings ist er nicht ausgelastet und deswegen muss ich mit ihm auch ein wenig spielen, bevor ich mit dem Packen beginne. Euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne restliche Mahlzeit. Hi Nicole, grüß dich. Dankeschön für die schöne Grüße. Und wir sehen uns sehr bald wieder online. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss Susan.